servus trader einen wunderbaren donnerstag wünsche ich ich hoffe der gestrige mittwoch hat in den trading ideen gefallen einiges an guten bewegungen hat es ja gegeben heute auf der uhr die handelsideen im euro schweizer franken im euro japanischen yen und wir schauen mal wieder auf die sehr lang laufenden deutschen zinsen den fgbx sehr interessant ich weiß den hat nicht immer jeder auf der uhr aber wir haben hier schon ein paar mal erlebt dass man das teil auch richtig genial zum traden benutzen kann und bei tickmill geht es ja auch wir haben das instrument hier von der seite her heute mit in der besprechung und was wir natürlich auch machen wir werfen mal kurz noch einen blick rüber zu den indizes außerhalb der handelsideen wir gucken uns den dax an und natürlich sehr sehr gerne auch die ein oder andere frage hier bei meinen live zuschauern haben wir ja wieder auch einige mit dabei guten morgen übrigens an dieser stelle auch an alle die mich hier immer so nett grüßen und damit gehen wir rein in die besprechung für heute zuerst natürlich wie immer der wichtige risikohinweis den bitte ich auch in gänze zur kenntnis zu nehmen der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen so jetzt mache ich mal kurz noch das fragefenster im go to webinar mit an und da geht das hier los ich bekomme gerade angezeigt dass man kein bild sieht im go to webinar kurze frage noch mal an die runde normalerweise müsste man ein bild sehen bitte noch mal rückmeldung dass ich hier auch weiß dass man meinen bildschirm mit sehen kann ansonsten würde ich sagen spreche ich in der zeit einfach mal ganz gut aber man sieht mein bild sehr schön ganz gut zu sehen war gestern gewesen was hier durch trump an den märkten mal wieder in gang gebracht wurde das impeachment verfahren was hier im raum steht gut hin oder her komme da nun was wolle es gab noch nie die situation dass ein präsident dadurch aus dem amt gekommen ist es ist ein wahlkampfmittel wir haben ja alle gesehen was in dem protokoll mit dem telefonat drin steht ob da nun was draus wird ich habe absolut keine ahnung aber es ist jetzt draußen es wird was draus gemacht die politik nutzt es zum wahlkampf und das beeinflusst natürlich auch ziemlich stark die märkte und deswegen muss man sowas immer ein klein wenig auf der uhr haben wenn da doch verdichtende dinge kommen dann könnte das unter umständen deutlich negativen impact auf die märkte haben aber wie immer an dieser sache sage ich auch dass erst treatment der markt auch spielt und nicht schon vorne reingehen und sagen oh jetzt wird der markt massiv fallen weil trump unter druck war und als wir so ein impeachment verfahren das letzte mal hatten ging es ja auch ordentlich nach unten wir schauen uns den chart dazu morgen noch mal an was da passiert ist aber aktuell spielt das ganze nicht weiter also das ganze hier wie gesagt gestern die nachrichten hier jetzt vom risikohinweis auf die nachrichten für heute und da sehen wir eine relativ lange latte was heute um 8 uhr kam das war der gfk konsumklimaindex schöne überraschung hier wir sehen es leichter anstieg das ist immer gut zu sehen wenn die verbraucher hier die laune die stimmung etwas besser auch mit haben das ist eine gute geschichte was bekommen wir noch wir bekommen um 10 uhr heute den monatsbericht der ezb und am nachmittag dann aus den usa das bruttoinlandsprodukt für das zweite quartal hier dann noch die warenhandelsbilanz die erstanträge auf arbeitslosenhilfe und die einzelhandelsbestände ohne fahrzeuge das alles am nachmittag aus den usa um 14 30 aber heute ist die nachrichten latte lang also die liste relativ lang deswegen gibt es hier eine zweite seite wir bekommen am nachmittag noch nachrichten hier um die schwebenden hausverkäufe das ganze um 16 uhr aus den usa und dann sehen wir was hier noch übrig ist haufenweise nachrichten von notenbanken wir haben am um 15 30 haben wir hier ein fomc mitglied was in den usa spricht draghi spricht um 15 30 da sollte man wirklich auch gut hinhören und auch gut sehen was der euro an dieser stelle mit macht dann am nachmittag weiter 15 45 alle die die britischen währungen mit auf dem schirm haben bank of england governor carne spricht dann geht es weiter fomc mitglieder am nachmittag in den usa wir sehen es bis 20 uhr geht das ganze durch 18 uhr kommt mal zwischendurch nach bundesbankpräsident weidmann also wir kriegen heute haufenweise nachrichten von ja zentralbanken ich bin gespannt was das so machen wird an den märkten wir warten es ab wir planen das ganze in unsere handelsideen mit ein und da würde ich sagen an dieser stelle gehen wir doch gleich mal in die entsprechenden charts hinein wir gucken uns jetzt noch nicht euro us dollar an nein wir starten mal mit dem euro schweizer franken hier drüben haben wir es schon der blick in den tages chart der offenbart uns etwas recht interessantes wir haben das währungspaar schon besprochen und zwar als wir hier den trend gebrochen hatten und der markt wirklich sehr sehr schön nach oben gelaufen ist hier unten dieses ganz ganz große band dieses unterstützungsband hat dort sehr sehr gut gehalten ich mache das ganze mal kurz etwas kleiner damit man sehen kann wo es herkommt jetzt hier in diesem schatz sieht man es schaut hier hinten waren die level wo wir support gesehen hatten in dem jahr 2017 und dieses band ist da wo wir uns momentan befinden und sowas gibt der markt oft nicht wirklich einfach mal so mit einem schnippchen her da gibt es immer mal wieder auch abpraller da gibt es immer mal auch wieder größere kursrückläufe und wenn wir uns das gesamte das ganz ganz große bild hier mal anschauen dann kann man halt auch einfach sehen wie hier dieser ganz große trend entsprechend auch verlaufen ist und dass die sage ich mal bewegungen und korrekturen dieses großen trendes häufig auch mal in untertrends auch ablaufen und da sehen wir einfach dass wir hier jetzt weit raus gekommen sind von oben im ganz großen bild und hier unten rein gelaufen sind und hier sehen wir einfach nur den letzten trend der hier bewegung nach unten und der ist jetzt erst einmal gebrochen das heißt wir korrigieren jetzt ein wenig dieses ganz große bild und da haben wir natürlich die chance auch deutlich weiter nach oben zu laufen ja also wenn es wirklich stark nach oben geht dann wäre mal das nächste level hier oben irgendwo die marke um was haben wir liegen hier da ist in etwa der preisbereich im low 1 12 1 6 also 1 12 2 in etwa da ist ein widerstandsband da können wir durchaus reinlaufen wenn die korrektur wirklich in fahrt kommt noch ist es allerdings nicht so weit noch stehen wir an einer ganz anderen stelle noch gibt es hier keinen gegentrend auf tagesbasis also wenn wir uns mal näher ran zoomen und einfach mal nehmen das was gerade da ist nein momentan haben wir einfach nur den schub nach oben gesehen hier die sehr sehr dynamisch abwärts laufende korrektur wir sehen es hier schub nach unten einfach durchgeknallt nach unten bis in diesen support bereich hinein gestern dann hier diese umkehr kerze dieser ja sag ich mal es ist eine art doji man hat hier keine veränderung zwischen eröffnungs und schlusskurs also nahezu keine und das ist halt häufig ein zeichen dass wir möglicherweise vor einer umkehr stehen könnten und den rückschnapper bekommen rückschnapper erst einmal so lange wie wir nicht hier oben über das hoch drüber gelaufen sind das licht nämlich bei 1 10 1 8 6 da müssen wir drüber um das große bild was ich gerade beschrieben habe dort weiter in die korrektive phase rein zu laufen ja deswegen kommt der rückschnapper hier dann haben wir auf der oberseite ein paar level liegen hier an diesen stellen die gucken wir uns gleich auch mal im stunden chart mit an die wir dann nach oben stück für stück auch mitnehmen können das an dieser stelle und damit blicken wir hier mal rein in den stunden chart da sehen wir es nämlich schön wie gut sich hier dieser trend kanal nach unten entwickelt hat hier sehen wir schön den abwärts laufenden markt hier unten rein und jetzt haben wir hier den letzten swing nach oben gehabt die bewegung und hier ist es jetzt wichtig ich mach mal etwas länger hier rein da kann man es besser sehen dass man wirklich hier den letzten schwung hat an diesem level hier oben befinden wir uns gerade also hier und wenn wir da tatsächlich durch starten hier ganz klein sieht man es trenden aber bitte das ist jetzt noch nicht der richtungsgebende trend hier das ist erstmal nur eine aufschubbewegung wenn das weiter geht nach oben und wirklich trendförmig nach oben durch läuft dann haben wir hier erst einmal diesen trend rausgebrochen wir laufen hier über diese trendlinie oben drüber und damit haben wir dann die chance tatsächlich oben rein zu laufen und wie schon gesagt level die hier an dieser stelle interessant sind sind halt die korrektur hoch dieses abwärtstrends in der stunde und das sind die marken die wir durchaus hier als anlaufpunkt mit habe hier das hier ist noch ein tages hoch an dieser stelle ansonsten sind das mal die marken im kurzfristigen bereich und nach unten ist ganz klar da liegt das große band was ich gerade gezeigt habe ja da muss man einfach sehen bricht er wirklich durch kommt dynamik rein oder nicht das muss man erstmal abwarten also ein szenario was ich persönlich mir hier deutlich besser vorstellen kann wäre wirklich erst einmal der abprall ausbruch aus dieser flagge hier und ein stück weit nach oben ob so kommt man weiß es nicht aber wir haben hier auf der unterseite in den letzten malen immer gesehen wenn der markt hier unten reingelaufen ist dann kommt keine dynamik auf sondern dann schleicht so ein bisschen runter und dann kommt ein gegenschub ja da muss jeder für sich selbst entscheiden ob er sowas im portfolio traden möchte kurzfristig denke ich gibt die oberseite deutlich mehr her weil das band halt schön nach unten gespannt ist und ein rückschnapper könnte hier deutlich mehr dynamik bekommen dann gehen wir weiter in die währungen immer noch nicht euro us dollar den gucken wir uns gerne später an sofern das gewünscht ist also ihr könnt hier ruhig einfach mal los gehen und ähm ja ich muss sagen dass an dieser stelle machen wir mal im euro was habe ich gesagt japanischer yen jetzt hätte ich fast das währungspaar verwechselt euro japanischer yen das passt ganz gut in das gesamtbild auch wir schauen uns hier wie immer auch den tageschart an und wir sehen hier die ja sage ich mal chartbesprechung vom letzten mal auch in diesem währungspaar als wir gesehen haben der markt ist wirklich hier unten vom trend tief um die marke von 1 15 862 schön nach oben gestiegen ist angehalten hier oben im widerstandsbereich hier um dieses korrektur hoch ist sogar ein bisschen drüber gepikst hier das hoch war bei 120 01 aber danach sehen wir was gekommen ist der markt ist hier unten reingelaufen und hat hier oben in dreieck ausgebildet und wir wissen nach solchen starken dynamischen anstiegen haben wir immer die chance dass so ein dreieck auch wenn noch kein trend vorhanden ist nach oben aufgelöst wird und den markt nach oben rein geht aber es kam anders als wir das hier entsprechend geplant hatten hier ich habe ja versprochen ich gehe mal ganz kurz in die stunde um das dreieck auch zu zeigen hier oben sehen wir es das verrutscht immer so ein kleines bisschen also hier das war das dreieck hier in diesem bereich und da sind wir einfach ja nach unten ausgebrochen das heißt an dieser stelle das long szenario was wir gesprochen ist gar nicht zum tragen kommen sondern wir sind direkt auf die unterseite rein gelaufen und hier wird es jetzt trotzdem noch nicht zu spät sein long szenarien mit im blick zu halten aber das bild ist halt schon ein bisschen anderes weil wir haben jetzt hier wir gehen gleich wieder zurück in den tageschat aber wir haben jetzt hier einen abwärtstrend am laufen dieser abwärtstrend ist ersichtlich auf tagesbasis das einzige was wir jetzt so ein bisschen beachten müssen ist was machen wir denn hier unten in diesem support level um die marke von 1,17 7,50 hier das ist das was wir gesehen haben der große starke schub dann das verharren und dann die aufwärtsdynamik gesehen also das ist schon ein level das haben wir gesehen das hat etwas marktrelevanz von der seite her beachtet der markt wir haben gesehen hier der spike ist gleich wieder nach oben gegangen hier ging es nach oben hier geht es jetzt nicht direkt nach unten und deswegen ist das level interessant für möglicherweise doch eine umdrehung nach oben hin aber auch für die unterseite weil wenn wir es brechen dann haben wir relativ schnell die situation dass wir in eine noch tiefere korrektur ein laufen und jetzt schalte ich mal wieder zurück hier in den tageschat hinein und dann haben wir nämlich hier weiter die potenziale zur unterseite hier noch das kleine spike low um die marke von 1,17 5,52 aber interessanter ist dann was hier an diesen tiefs kommt das sind halt auch die bewegungspunkte die wir im aufwärtstrend hier gehabt haben also dieser schub nach oben ist ja sehr schön in der stunde ersichtlich und da haben wir die level hier unten um die 1,17 1,69 beziehungsweise hier die 1,16 1,33 auf der unterseite bevor wir dann am trend tief stehen und das ganze ist jetzt halt wie es ist und wenn wir uns das gesamte obere bild halt anschauen dann haben wir hier mittlerweile halt das bild dass wir nicht gleich bullisch weitergelaufen sind das wäre gut gewesen dann hätten wir gleich die oberen level mit reinnehmen können nein der markt ist jetzt schwach heißt also an dieser stelle sollten wir schon auch die level von unten mit 10 zumal wir gesehen haben dass wir ja höhere kurse immer wieder in abverkauf gesehen haben und das ist das was der markt uns hier zeigt und wenn wir mit dem markt handeln wollen dann sieht es momentan eher so aus als würden wir hier die unterseite favorisiert bekommen das entsprechend dazu zur aktuellen lesweise hier in diesem trend und damit gehen wir noch weg von den währungen hin zu den zinsen ja wir schauen jetzt auf den buchsel hier eure buchsel das sind die sehr sehr lang laufenden deutschen zinsen und ich sag's ja auch immer wieder diese dinge kann man für eine gute portfolio mischung immer mit auf der uhr haben und wir haben ja hier zum glück auch einen sehr sehr tollen broker wo man solche dinge mit traden kann und zwar auch unter vernünftigen konditionen das heißt hier sind die zinsen ein bestandteil des ganzen wir sehen es ja auch morgens immer in der ankündigung zum webinar was wir alles traden können und hier sehen wir halt wie gut er auch tradbar ist wie gut wir unten aus korrekturen rauskommen und den markt nach unten beziehungsweise nach oben laufen lassen also es funktioniert wirklich sehr sehr schön und das was wir hier jetzt haben gestern hier an dieser stelle war erst einmal die situation nummer eins wir haben jetzt hier einen laufenden abwärts trend rein technischer natur ja es gibt gründe warum der markt dort so hoch gelaufen ist aber wir müssen uns ja irgendwo auch nicht nur die fundamentalen geschichten sozusagen anschauen anschauen sondern halt auch die ganze charttechnische sache und charttechnisch haben wir hier momentan die situation dass wir in diesem abwärtstrend in eine ordentliche bewegung reingelaufen sind wir haben hier den aufwärtstrend auch gebrochen und sind jetzt hier recht dynamisch nach oben gelaufen das heißt wir haben hier eine bären flagge momentan im markt hinterlassen und gestern gab es das erste anzeichen dass wir hier umkehren diese umhüllungskerze hier die envelope candles sozusagen aus der technischen analyse geben uns signale und wenn dieses signal nämlich bestätigt wird dann geht es weiter richtung trend tief das heißt dann haben wir die chancen weiter nach unten zu laufen und das ganze muss man dann auf der uhr haben und wie schon gesagt wir sehen ja hier auch schön die tiefs eines der zwischentiefs die als nächstes anlaufbar sind sind dann hier ist dann hier das tief um die 215 53 wir schauen uns das das ganze mal eben an dieser stelle noch im stundenchart an hier da sehen wir sehr sehr schön den aufwärtstrend und wie schon gesagt die korrektur tiefs dieses aufwärtstrends das sind immer die marken die gut und gerne von den händlern als ansteuerungsmarken auch genutzt und akzeptiert werden und wie schon gesagt da haben wir hier den bereich nach unten offen bis hin nach unten zum trend tief an dieser seite was auch wichtig ist entschuldigt da bin ich jetzt zu schnell weggegangen wir haben hier das letzte korrektur level unten schon mal angelaufen ja und hier ist es halt wenn wir jetzt hier draus zurückkommen ich skizziere das mal ganz kurz vor also wir haben jetzt hier den schub nach unten gehabt gehen jetzt hier in die korrektur rein und jetzt ich habe ja gesagt wir brauchen dieses umkehrsignal von gestern definitiv bestätigt und die bestätigung sieht rein technisch so aus wir laufen hin bis irgendwo keine ahnung wohin nur nicht hier oben drüber und drehen dann um haben dann diesen trend gebrochen haben dann einen abwärtstrend und dann haben wir aus der untergeordneten trendgröße oder zeiteinheit entsprechend einen abwärtstrend der dann wieder in richtung dieses tagestrends hier fließt und damit haben wir zumindest schon mal eine vernünftige signallage mit der man nach unten hin traden kann kommt der markt doch von unten raus nach oben hin wieder gut dann haben wir die fortsetzung dieser situation und da müssen wir einfach schauen was hier in der stunde noch auf uns wartet nach oben hin hier haben wir ein spike high bei 225 98 und hier das korrektur hoch dieses abwärtstrends bei 227 39 also wir haben wieder chancen auf beiden seiten aber gestern hat der markt uns ein erstes mal hier an dieser stelle auch gezeigt dass wir die andere richtung auch noch können und damit haben wir natürlich auch das potenzial auf der unterseite apropos potenzial und kerzenmuster bevor ich jetzt hier nochmal in den dachs reinschaue morgen früh 8.30 gibt es ja wie immer die allgemeine marktbesprechung wir machen die schau der nachrichten was diese woche passiert ist wir gucken in die nächste woche rein wir machen die große index überprüfung was hier gelaufen ist und morgen geht es wieder so ein bisschen im edukativen part um das thema technische analyse bulle und bär im infight und wir schauen an welchen formationen wir gut erkennen können oder wie wir an formationen die dinge aus den charts heraus suchen können die gerade interessant sind wo jeder seine trades auch planen können wo wir vor einem wahrscheinlichen schub in die ein oder andere richtung stehen also bulle und bär im schlagabtausch zu suchen das ist unsere aufgabe als trader und uns dann dort zu positionieren wo wir die signale haben und nach oben oder unten traden können und dann die fahrt der bullen oder bären für uns ausnutzen können das machen wir morgen sag mal ab grob 9 uhr und damit gehen wir jetzt nochmal in den dachs hinein und beim dachs möchte ich ja ich weiß wir machen morgen auch eine große schau nur ich will ja den leuten die hier auch immer zuschauen immer mal auch ein paar kleine sag ich mal vorteile reinbringen heißt also an dieser stelle hier haben wir gestern ja eine schöne umkehr gehabt wir haben gestern hier an dieser stelle eine schöne umkehr kerze kommen und sozusagen hier an diesem punkt den markt nach oben gesehen und da könnte sich jetzt das weiß ich auch über das coaching ich habe da schon die anfragen bekommen über die coachings die ich jetzt aktuell laufen habe mensch wir müssen doch im dachs jetzt long wir haben doch eine schöne umkehr kerze das ist doch ach das ist doch eine einladung da gehen wir jetzt einfach mal rein ich habe dann zu meinen zu meinen klienten an dieser stelle gesagt halt atmet mal durch und schaut einfach mal rein in den markt was wir gerade haben und der markt verrät uns momentan wir sind hier noch nicht über den berg auch wenn wir gestern deutlich nach oben gelaufen sind wenn wir uns das ganze mal anschauen dieser schub nach unten hier der ist noch nicht zu ende weil trendig was haben wir guckt euch das mal an hier ich zeichne es mal eben weiter und dann denke ich mal wird auch relativ schnell klar was ich damit meine wir haben hier in diesen dax einen schönen laufenden abwärtstrend in der stunde das ist gerade interessant für die intraday trader hier an dieser stelle der läuft sehr sehr schön und was haben wir hier momentan wir haben momentan einfach nur eine korrektur wir sind hier tief in die korrektur reingelaufen und haben hier oben sogar schon ein umkehrsignal bekommen hier war die umkehr kerze ich markiere die mal ganz kurz mit einem pfeil das hier war die umkehr kerze und wir sehen was der markt hier daraus gemacht hat der läuft richtig richtig schön nach unten mit rein und das zeigt uns die long seite ist noch nicht zu favorisieren die wäre erst dann zu favorisieren wenn wir hier wieder nach oben trenden und diesen abwärtstrend hier durchbrochen haben dann haben wir die chance weiter nach oben zu laufen so weit ist es aber noch nicht und das ist auch ein gutes beispiel um einfach mal zu zeigen dass man mal sehen kann wie sieht denn so eine umkehr aus auf was muss man denn da warten das sehen wir hier nämlich sehr sehr schön wenn ich jetzt hier aus der stunde meine die fünf minuten klicke da haben wir ja schön den aufwärts schub gesehen auch und dann haben wir hier schön diesen aufwärtstrend gesehen und jetzt schaut euch mal an was hier an dieser stelle passiert ist wir haben einen abwärtstrend bekommen der diesen aufwärtstrend gebrochen hat hier hat man im kleinen das letzte korrektur tief in diesem bereich hier da sind wir drunter einfach ein rutsch da hatten wir noch kein trend dann haben wir korrigiert und hier hat sich der trend gebildet und jetzt trennten die fünf minuten sehr sehr schön nach unten also hier schön der schub nach unten jetzt die korrektur und das ist das was wir sehen und das sind die punkte bitte lest dort einfach was der markt macht und dann kann man sehr sehr schön davon profitieren mit dem aktuellen flow zu laufen und wie gesagt wenn die kurse wieder steigen dann sehen wir es doch hier dann laufen wir nach oben dann bekommen wir ein aufwärtstrend und dann ist das bild wieder ein ganz andere so jetzt schaue ich mal noch rein ich sehe gerade der chat ist heute auch wieder relativ gut besucht das freut mich immer sehr immer rein leute dafür sind wir auch da ich will jetzt so nichts verpassen das heißt wir haben ein paar fragen und zwar austral dollar us dollar haben wir da us dollar japanischer yen das gibt es wir hatten gestern übrigens eine anfrage zur kryptowährung die haben wir hier momentan gar nicht auf dem schirm so jetzt machen wir weiter mit dem austral dollar us dollar ich gehe noch mal ganz hoch weitere fragen haben nicht also austral dollar us dollar und us dollar japanischer yen schauen wir mal auch wir haben die frage was ist los im austral dollar us dollar die frage kann ich jetzt gar nicht beobachten oder sagen gesehen halt einfach nur was im chart los ist gründe dafür habe ich jetzt natürlich keine aber was wir hier an dieser stelle sehen ist hier oben sind wir in der top formation gewesen das hatten wir glaube ich an dieser stelle auch schon mal miteinander besprochen ich muss hier nur mal ganz kurz das instrument noch ändern also das der chart war schon korrekt aber wir sehen hier oben da hängt gerade die währung einmal anwenden jetzt haben wir es auch richtig drin stehen also hier an dieser stelle ist es nichts ungewöhnliches passiert das heißt wir sind jetzt hier wenn wir uns das große bild mal anschauen das ist halt der markt erlebt halt also nichts ungewöhnliches wenn wir uns das große bild mal ab oder anschauen sehen wir hier in der woche wir haben hier definitiv einen abwärts gerichteten markt wir sehen es der markt schwingt hoch runter hoch runter also wir haben hier einen laufenden abwärtstrend wenn wir uns die woche mal angucken hier mal oben rein dann sehen wir einfach wir haben hier unten eine korrektive phase gehabt wir hatten hier oben diese umkehr besprochen und haben halt gesehen okay der markt dreht jetzt wieder nach unten um das heißt hier blicken wir noch mal in den tageschart rein was sehen wir der markt hat einfach hier oben rein korrigiert hat und das ist das was wir damals auch in der stunde besprochen hatten die stunde ist ja schön nach oben gelaufen da haben wir das gute sozusagen gesehen wir sind hier schön nach oben gelaufen das ganze auch wirklich schön trendig oben rein genommen und hier gab es dann die top bildung was ist hier passiert hier war das letzte korrektur tief jetzt sich ein abwärtstrend gebildet und dieser abwärtstrend läuft jetzt wieder in richtung der übergeordneten markt dynamik und hier ist auch der trend absolut okay komplett in ordnung hier sehen wir es unten rein ich mache mal den letzten schluck ein wir hatten hier die letzte korrektur und bewegung die ich mal ein zeichen hier unten rein ganz normal alles normal verlaufen wir haben tief korrigiert und laufen jetzt einfach wieder zur unterseite rein jetzt stehen wir hier wieder ein bisschen in korrektur das heißt die stunde ist abwärts gerichtet läuft in richtung der dynamik auf tagesbasis und das ist in meinen augen sehr sehr rund alles schön hier an dieser stelle wie schon gesagt wir hatten ja gesehen hier oben ist der markt rumgedreht es läuft short das ist das was wir sehen und der markt läuft in die übergeordnete richtung rein also alles da potenzial nach unten haben wir auch weiterhin hier an dieser stelle hier ist halt die seitwärtsphase nach unten verlassen wurden ganz klar das kann sich heraus getriggert worden das hat uns gezeigt dass wir weiter in die korrektur laufen jetzt haben wir hier unten das trend tiefliegen das heißt das potenzial was wir aktuell da haben hier im markt ist einfach auch die geschichte dass wir wieder hier unten in diesem bereich reinlaufen ungefähr um die 0 67 0 66 9 das ist der weg der uns jetzt weiter fortführt und dann mal schauen was hier unten passiert so also das war austral dollar us dollar und dann schauen wir jetzt noch auf us dollar japanisches yen sag auch das ganze schön in den tageschart rein hier sehen wir übrigens auch sehr sehr schön was wir im großen und im kleinen bild haben da habe ich die skizzierung auch noch drinnen das heißt das große ganz ganz große bild ist abwärts gerichtet und wenn wir uns das ganze jetzt mal anschauen auch hier das ganze bild hier unten das ist auch sag ich mal eher abwärts gerichtet also der gesamtfluss im großen aber wenn wir uns das mal etwas näher ran zoomen wollen hier hatten wir den letzten trend nach unten den letzten bewegungsschub den letzten trend hier der ist gebrochen dieser abwärts trend ist rausgenommen wir haben wir sehr sehr schön einen guten aufwärts trend der ist jetzt in die korrektur gegangen und hat uns gestern gezeigt wo der hammer hängt das heißt hier sehen wir auch wir sind gestern unten schön mit einer großen kerze rausgekommen dieser abwärts trend hier ist erst mal nach oben rausgenommen worden das sehen wir schön und was jetzt an diesem punkt wichtig ist im sinne dieses aufwärts trend wenn er doch noch etwas weiter laufen sollte das heißt diesen großen schub hier weiter korrigieren sollte dann nach oben rein zu laufen wir müssen erst mal hier oben drüber also die 108 476 müssen raus damit wir weitere aufwärts dynamik nach oben bekommen und das gestern kein strohfeuer war und das schauen wir uns jetzt mal in den kleineren zeiteinheiten an oder in der kleineren zeiteinheit an da sehen wir nämlich was hier gestern gelaufen ist also wenn wir uns das mal im kleinen anschauen hier haben wir den schub nach oben wir haben hier noch keinen richtigen trend wir haben hier zwar untergeordnet was leicht trendendes aber das hier war alles innenstab das heißt hier der markt ist relativ gut durchgelaufen läuft jetzt hier in der gegenbewegung rein hat dieses trend hoch rausgenommen das ist ja die kerze die wir gestern gesehen haben und da wäre es jetzt wirklich interessant zu sehen was hier passiert das heißt hier dieser kanal der nach unten läuft wenn das tatsächlich eine bullische korrektur ist dann werden wir sehen dass der markt rumdreht ausbricht nach oben läuft hier übers top drüber geht bei ungefähr 107 9 dann haben wir hier den richtig zählenden aufwärtstrend der nicht nur korrektur ist das brauchen wir und dann können wir den weg nach oben wieder reingehen kurzfristige trader schauen sich das ganze zum beispiel in den 5 minuten an da sehen wir nämlich sehr sehr schön wie dieser abwärtstrend am laufen ist und wie schon gesagt er ist jetzt gerade gerade wieder hier wir sehen es hier unten hatten wir das tief da läuft er gerade durch da setzt er sich fort das heißt das ist aktuell fortsetzung der korrektiven phase und wenn das ganze dann nach oben rausgenommen wird dann sehen wir hier in den 5 minuten auch den markt nach oben trenden wieder in richtung dieser initialen schubbewegung zu gehen also auch hier dieser trend dieser kleine kleine trend der sich hier gebildet hat auch innerhalb dieser innenkerze der ist natürlich vorhanden und das dreht dann rum und dann haben wir die chance wirklich hier einen aufwärtstrend zu bekommen und der kann dann weiter nach oben laufen wie schon das nächste anlauflevel hier nach oben hin wäre mal der bereich um die 108 08 hier oben das wäre der marker und dann hier schon das hoch bei 108 4 7 6 das ist das was wir hier mit sehen können so auch das ist da ich hoffe das hat schon mal geholfen interessant freue ich mich immer das ist gut jetzt gucke ich mal noch in den go to link rein da sehe ich gerade aktuell keine fragen das heißt an dieser stelle sage ich wieder ganz ganz lieben dank für die zeit heute morgen hier allen gute trades ein gutes händchen und wir hören und sehen uns morgen um 8 30 zum abschließenden webinar für diese woche mit ideen und den großen wochen um blick plus den edukativen part also allen eine gute zeit für heute und bis morgen tschüss